Und da sind wir wieder Leute bei Final Fantasy 7, ja der festgebundene Barret, und wir sind, ja wir sind gefangen, ne, im, äh, Junon oder, sind wir, ne, noch egal wie die CD heißt, auf jeden Fall sind wir da, 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 und hier können wir nicht weg. Ja, ist ja klar, wir sind angefangen. Sind alle da? Dies sind die Verantwortlichen für diesen Wahnsinn in der Welt. Ah, okay. Ist ja nicht viel los. Wer zum Teufel sind diese Leute? Oh ja, jämmerlicher Tod wird landesweit im Fernsehen ausgesteuert werden. Wow. Scarlet. Warum eine öffentliche Hinrichtung, hier und heute? Die Meteor-Berichter haben einen solchen Chaos ausgelöst, dass wir unbedingt die öffentliche Meinung hinter uns bringen müssen. Wir müssen jemanden bestrafen. Egal wen. Geschmacklos. Ha, 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 ha. Zugegeben. Äh, ach, zugegeben, ich meine natürlich zugeben, werden sie, sie ist nie, aber alle lieben dieses Zeug. Und wir fangen mit diesen Mädchen an. Wenn ihr es tun müsst, fangt mit mir an. Boah, voll draufhalten auf die... Oh Gott. Kamera hierher. Das muss auch spannend. Und das Publikum blieb tränenreich Abschiede. Oh shit, ist das der elektrische Stuhl, oder was? Ben. Gut, jetzt wird tiefer gegrillt. Was machst du? Das ist meine Spezial-Gaskammer. Nimm dir Zeit. Und genieß deinen langsamen Tod. Gut, auf den Stuhl, und dann wird man mit dem ganzen Zeug da voll gepuffert. Boah. Boah, ist die Starke, ja. Blöde. Punkt, Punkt, Punkt. Bäm. Voll ins Gesicht. Mann, ist die fies drauf. Ja, jetzt haben sie auch noch die Schlüsse verloren, die Hungs. Also, Freunde, die Show kann beginnen. Ha, ha, ha. Achtung, Achtung. Weapon kommt näher. An das gesamte militärische Personal. Stellung einnehmen. Oh nein, es ist Weapon. Laufen. Das Rennen soll weg, ey, voll die Show, ne? Ist ja klar. Ja, durch die Tür, durch. Seht ihr das? Rennen durch die Tür? Hey, hey, ihr. Verdammt, warum ausgerechnet jetzt? Ja, wer sind das? Wie fühlt es sich jetzt an, Scarlet? Hm. Du meinst, du bist nicht abgehauen? Ich bin beeindruckt, wie ich mich fühle im Moment. Bäh. Hä? Wie, Schlafgas? Komischer Kauz. Ich habe ein ungutiges Gefühl, Leute. Ach, Barrett ist dabei. Oh, ich bin schon lacht. Barrett und Kate. Das ist... Scheiße. Und wir können natürlich nur angreifen, wenn wir nichts haben, ne? Genau. Oh, jetzt pelt Barrett auch noch. Gut, als ich dem anderen eine Waffe gekauft habe, wo uns denn den nicht ausgerüstet habe. Und den Schaden machen lief uns. Wow. Ist ja natürlich nur... Boah, 1500, noch was. Der andere macht natürlich... Ja. Jetzt pinnt der wieder, ey. Hm. Ich kann nur normal angreifen, so ein Scheiß. Naja, wäre auch dumm, wenn sonst... Jetzt pinnt der auch noch auf. Was bringt das jetzt? Ja. Jetzt pinnt er weiter, toll. Was ging daneben? Na? Wachen die auch mal wieder auf? Die leuchten auch so komisch. Das glaube ich nicht nur... Ach, jetzt machen sie wieder auf, ne, alle beide. Jetzt puste ich natürlich weg, damn. Das war vorhin Crit oder sowas. Ole, ole, ole. Ja, das ist Kate Thith. Äh, weniger Auftritte. Die Kohle haben einfach mal. Das ist so unlogisch, ne? Ich bin hier, um zu helfen. Warum du? Gehörst du nicht zu den Shinra? Warum? Hm. Ich bin gegen die Todesstrafe. Außerdem kann ich dieser Hexe nicht ausstehen. Komm schon, wir müssen tiefer helfen. Ich überwache den Eingang. Genau. So. Die waren hier hinten. Hallo? Oh, toll. Es geht nicht auf. Tolle Scheiße. Oh. Was macht denn der Heidegger da? Oh, komm, renn schneller. Hallo? Es ist ein Weapon. Oh, nee. Es gab so viele Angriffe in letzter Zeit. Kommen wir damit zurecht? Ich glaube schon. Wie lautet der Befehl? Hm. Brauchst nicht zu fragen. Aber ist klar. Wir geben einen Schuss mit unserer großen Kanone ab. Toll. Kanonen laden. Kanonen aktivieren. Ziel. Weapon. Toll. Damit müsstest du auch mal treffen. Das ist auch gut, ne? Wow. Derbe. Zwischensequenz. Auch diese Kanonen. Wow. Und die große Kanonen. Da sind sie. Damit musst du auch allerdings auch treffen können, ne? Weil das ist ein Riesenteil. Vorbereitung abgeschlossen. Die Kanone. Feuer. Toll. Was wollen wir jetzt treffen? Ziemlich übel, aber... Das ging voll daneben, sag ich mal. Ja. Hm. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Haben wir getroffen? Nee. Scheint so. Ja, das Wasser habt ihr getroffen, ihr Vögel. Weapon kommt näher. Es kommt genau auf uns zu. Geschwindigkeit 50 Knoten. 50 Knoten? Das ist unmöglich. Wir haben es voll erwischt. Ich hab da gar nichts gesehen, hm. Was ist mit der Kanone? Das Laden braucht seine Zeit. Dann verwindet so lange normale Feuerkraft. Hm. Klasse. Jawohl, Sir. Alle Artilleriegeschosse laden. Ziel weppen. Lasst es nicht landen. Ach, das fliegt. Boah. Nee, das schwimmt. Oh, fuck, ey. Ist das ein Monster. Geschwindigkeit 70 Knoten. Weapon kommt näher. Nützt nichts. Es greift an. Oh, God. Und es lässt sich von nichts aufhalten. Tja, hallo. Da rennt nur bei ihr Leben. Oh, nein. Tiefer. Gas. Barrett, Hilfe. Halt den Atem an. Halt den Atem an. Solange du kannst. Komm schon. Ich kann bald nicht mehr. Oh, God. Halt den Atem an. Na, er wollte irgendwas an. Vielleicht hat die einen Schlüssel oder sowas. Idioten. Ich habe bereits auf den Schalter gedrückt. Ach, komm. Wir müssen doch irgendwas finden. Aber wer? Ich meine, raus kann ich ja auch nicht. Die Gaskammer wird vermutlich von einem anderen Raum ausgeräumt verrägelt. Hm, wir müssen uns das ausdenken. Lass uns erstmal aus diesem Raum verschwinden. Tiefer, ich helfe dir. Das verspreche ich. Wir müssen doch hier raus. Oh, Gott, jetzt. Hör auf, hör zu. Nein, hier ist aufgeschlossen. Idioten. Jetzt könnt ihr das Mädchen nicht halten. Ha, 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 ha. Verflucht. Okay, okay. Jetzt kommt Plan B an die Reihe. Lass uns zum Flughafen gehen. Rennen. Hm? Warum zum Flughafen? Und tiefer hier lassen? Verlass dich auf mich. Wir müssen es riskieren. Ja, wo ist der Flughafen? Nein. Ach, Gott, falsch. Gehst du hin? Zum Flughafen geht es in die andere Richtung. Hä? In die Richtung? Lauf mir in die Richtung. Ey, lobst du hin? Zum Flughafen geht es in die andere Richtung. Okay. Pass mal auf. Nein. Oh, gut, die gibt es auch Gegner? Ach, das sind die zwei Vögel da jetzt. Die müssen wir natürlich besiegen, oder? Nein, müssen wir nicht, aber... Naja, okay, wir können die einfach mit Barrel wegblasen, oder? Wow. Oder auch nicht. Dann würfel mal eine gute Zahl, Junge. Oh Gott. Die scheinen nicht mal so schlecht zu sein, ne? Ich habe noch gar nicht geprüft, ob wir vielleicht doch unsere Sachen benutzen könnten. Ach Gott, ey, die scheinen echt irgendwie stark zu sein. Oh Gott. Jo. Gucken. Oh, das sieht düster aus. Toll, den Scheiß haben sie gelassen, alles klar. Oh, jetzt laufen hier voll durchs Bild. Und die denn jetzt? Ach, ich weiß, du hast es heilig, aber bitte hört mir zu. Halt die Klappe, ich habe es heilig. Okay, was ist das? Mach nicht so viel Lärm, ich bin's, Jaffi. Ach so. Was zum Teufel machst du hier? Filme. Oh Gott. Das Monster aus dem Abfluss. Okay, aus dem Abfluss, aber nicht. Das erkläre ich dir später. Jetzt müssen wir zum Flughafen. Und wer ist der Vogel da drüben? Einfach nur so ein Typ. Jo. Da ist der Suche offen. Da sagt das Luftschiff. Die mache ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Lust. Keine Lust. Der Part ist gleich wieder voll, oder? Na, ich mache 20 Minuten. We have no time. Ach, die sind nur einer. Ach, die fliehen schon. Tschüss. Und nach oben, bitte. Super. Ich schätze mal, wir müssen eh zum Luftschiff da. Gibt's auch eine Nahansicht gleich? Ja. Komm mal da hoch. Okay, bei Sile. Hey. Bist du dir sicher, dass das hier der richtige Weg ist? Das ist eine Sackgasse. Na, oh. Bin ich falsch abgebogen? Du verdammter Narr. Was zum Teufel machen wir jetzt? Bald werden sie uns haben. Das ist keine Sackgasse, Barrett. Beruhig dich. Hey, Partner. Du deckst mir besser den Rücken. Bis zum Schluss. Hm? Beweg deine Füße und Hände und benutze dann den Kopf, um aus dem Stuhl rauszukommen. Hä? Gut. Benutze deine Hände und dann den Kopf, um aus dem Stuhl rauszukommen. Ach so, ah. Aha. Hände? Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt... Ganz verdammt. So? Versuch mit einer anderen Abfolge. Versuch, zwei Bewegungen zu kombinieren. Ach. Warte mal. Fuß? Ne. Fuß und Kopf. Fuß und Hand. Hm. Oh Gott. Nein. Ja, toll. Aber das ist doch schon richtig, oder? Toll. Ich sterb gleich, bestimmt. Jetzt tue du den Kopf nach vorne und heben. Das ist ein bisschen doof, ne? Wenn das gehen will. Das geht auch nicht. Und ich versuche doch, die Hände da irgendwer ranzukriegen, aber das geht nicht. Ah, jetzt, jetzt hat sich was verändert, oder? Natürlich nicht. Vielleicht jetzt? Ne. Wenn man den Kopf zuerst nach vorne tut. Ich hab doch so weit geschafft. Versuch's mit einer anderen Abfolge. Versuch jetzt, zwei Bewegungen zu kombinieren. Was kann man denn da kombinieren, Leute? Was kann man kombinieren? Die beiden lassen sich ja irgendwie gar nichts kombinieren. Wenn ich jetzt den Kopf nach vorne tue? Das... Ach Gott, ey. Wenn ich jetzt nochmal das mache mit den Armen. Ja, aber dann macht sie immer das hier. Und dann fällt er wieder runter. Oh, die frickt mir doch hier gleich, oder? Soll ich noch was anderes tun? Oh. Hm. Kann ich die Beine nicht irgendwie bewegen? Links. Rechts. Kopf. Beine. Geht nicht. Toneben rechts. Kopf. Jetzt hab ich zweimal... Beine. Geht auch nicht. Kopf. Links. Beine. Kopf. Rechts. Beine. Kopfbeine? Das hatten wir auch schon, ne? Linksbeine? Ja, Rechtsbeine war das jetzt. Und Linksbeine? Ich wollte mich doch mal schnell. Oh, Gott. Das kann doch nicht sein, Leute. Was hab ich übersehen? Außer, dass ich schon längst tot sein müsste. Ja, ich mach die Beine und ich mach den Kopf oder so. Und ich mach... Komm, ich kann... Ich mein, ich kann immer nur eine Bewegung kombinieren. Warte mal. Soll ich das gleichzeitig drücken? Aha! Du gewiefter Fuchs! Mach mich gut, ey! Och! Das muss man mir sagen! So, und jetzt... Och, das geht nicht. Ah! Ja! So! Mit welchem Schalter wird das Gas ausgeschalten? Auch egal, drückt doch irgendwas. Jetzt hab ich hier natürlich alles angestellt. Vogel. So, scheint aus zu sein. Aber das kann ich auch wieder irgendwie wegmachen, ne? Schnell raus hier. Ach, scheiße. Ich glaub, ich muss die Scarlet jetzt umnieden. Öffne es! Oh, was war das? Oh, shit. Weapon. Das sieht nicht gut aus. Oh, fuck. Oh, man, du hast fiesen Mundgeruch, Junge. Boah, voll ins Gesicht. Oh, das ist tot, oder? Boah, voll den Kupfer geblasen. Was würdest du tun? Hey, mach das auf. Erst schließt ihr mich in diesem komischen Loch ein und dann erzählt ihr mir, ich soll auskommen? Entscheidet euch. Tja. So, Lode, jetzt können wir uns wieder bewegen und ihr an diesem Fleck mache ich Schluss für diesen Board. Und dann sehen wir uns im nächsten Board wieder. Also, bleibt dran.